So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei GTA 5 und wir müssen jetzt eigentlich nur noch bestätigen, weil wir haben in der letzten Folge alles ausgewählt, wir gehen schlau vor, haben unsere Crew ausgewählt und werden mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Bestanden. Inspektion des Juweliers, Missionstag, Kontrollpunkt, Bildschön. Okay. Hey, wassup? Hey, man, it's me, Michael. What's going on? Listen, um, I gotta get hold of the money for that house we pulled down, so, well, I'm getting a crew together for, uh, you can guess. The pay will be awful and the risk will be high, but you might learn something if you're interested. Man, that's not exactly a great sales pitch, dog, but I guess I gotta start somewhere. Thank you. Maybe one day you can put together your own deals, your own jobs. So, there's still some preparation I gotta do. Sit tight for a while. My buddy Lester will get in touch with the details. Gut, gut. Also müssen wir jetzt zu Franklin wechseln erstmal. Gucken wir doch mal, was Franklin so macht. Gucken wir doch mal, was? Wah, 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 wah. Okay. Okay. Michael, Franklin. Du musst deine Schießgünste verbessern. Verbring mir ein bisschen Zeit am Schießstand, wenn du kannst. Können wir einen anrufen? Nein. Schade, schade. Okay, ähm. Ja, ist ja gut. Wo haben wir denn einen Schießstand? Äh, ist das direkt hier oben? Warte mal. Genau, da müssen wir hin. Ja, genau, da müssen wir hin. Ja, genau, da müssen wir hin. Ja, genau, da müssen wir hin. Hey, look. Chop got to stay around your crib for a while, homie. That's cool. Yeah, man. That's cool. Shit's the best place for him anyway. Ha! Like it ain't nobody out there gunning for your black ass. Bullshit, nigga. Just take care of it, man. Alright? Alright, I got you, dog. Okay. Hilfe, ey. Meine Frisse. So, jetzt sind wir wieder auf der Spur sozusagen und, ähm, gucken wir doch mal, was wir auf dem Schießstand so erreichen können. Zack. Hey, was ist krackig? Können wir mal nach Waffen gucken. Was wir uns nicht leisten können? Okay. Ähm. Peace, Schießstand. Nehmen wir doch mal einen Feuerwurf'n. Okay. Okay. Das ist gar nicht so einfach. Wollte ich nicht die Xbox-Benachrichtigungen ausstehen? Ach, Mensch. Erfolg. Ähm. Ähm. Herausforderung 2. Ähm. Herausforderung 2. Während wurde Freshman面 ist, äh. 2.800 Okay Das ist aber auch krass 650 Was müssen wir denn jetzt machen? Ach du Scheiße Boah, das ist schwierig Hilfe Ah 870 Na ja, gerade so Gerade so Okay Gefechtspistole AP-Pistole Können wir noch nicht machen Maschinenpistolen Okay Okay Gold. Gold? Nee. Silber. Okay. Herausforderung 2. Okay. Ähm. Krass. Gold. Okay. Okay. Das war easy. Und Herausforderung 3. Alter. Das mit dem Nachladen ist nervig. Okay. Komm. Komm. Ja. Silber. Oh fuck. Jetzt hätte ich noch Silber haben können. Schade. Schade. Aber egal. Schießend ist eigentlich gar nicht schlecht ne. Ist ne Sturm MP. Können wir auch nochmal ausprobieren. Na das ist das. Okay. 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 Schade. Aber wenigstens Silber. Ja. Ja. Sturm MP. Okay. Ja. So habe ich wenigstens überall. Sturmgewehre. Sturmgewehr. Wir haben Herausforderungen. Darum könnte ich wenigstens umgehen. Jene. Oh. Komm schon. Oh. 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 Das ist gar nicht mal so einfach. Oh. 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 Kommen 2500 kriegen wir hin, ja. Na ja, Silber, gut. Können wir auch die Karabiner nehmen? Ja. Ja. Erfolg, Karabiner. Okay. Wir machen noch Herausforderung 3, dann soll es aber auch reichen, weil es muss ja nicht ewig gehen, ne. Schade. 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 Aber das will ich noch machen. Das will ich jetzt noch machen. Los. Los. Na ja, Silber haben wir. Äh, Bronze haben wir natürlich. Ähm, nicht, äh, Silber. So, Herausforderung 3. Geschafft. Okay. So, schießt schon verlassen. Jetzt können wir doch mal gucken, was haben wir denn hier? Schießen? Ja, man ist ein bisschen verbessert oder so. Wir wollen es ja auch nicht übertreiben, ne. Oh, hier ist ein bisschen nebelig draußen. Nebelig. So, wir müssen mal zu Franklin. Franklin Clinton. So. So. Ist da ne Abkürzung? Sehe ich da ne Abkürzung? Ja. Ne, doch nicht. Schade. So, es ist mir wieder in der Hood, ja. So, angepackt. Tag nacht. No, 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 no. All our prayers have been answered well. Hello. I, I don't want to know. Franklin! What the fuck? I mean, what the hell is going on here? Wait a minute. Franklin, what are you doing here? I live here. This is half my house too. So you stay? Anyway, Magenta is reinvigrating my femininity. So make yourself scarce, boy. Go. Goh, goh, goh. With pleasure. Goh. Good, nigga. And stay out of trouble. Noo, not. Yeah, yeah. I bet you ain't no more of a man than me. I hear that. Gangster shit, nigga. Look who's bazzacked. What's happening with you, man? Oh, nah, nah, show some respect. Here, nigga, that man, he couldn't hold down his back. Come on now. Damn, man. I gotta spend my day with another middle-aged fool trying to recapture his youth. What this fool just say? I miss you, dog. Oh, oh, you miss me, huh? Nah, I ain't miss you. Your ass could have stayed gone for good. So I fucked your girl, mugged your mom, and better yet, I ain't thought about your ass in years. Ha, ha, you got jokes now, huh? Hey, but I see you doing well for yourself. Check that on out. Shit, I'm doing just fine. That's what I hear. But I know some sweet boys up in the pen that got bigger balls than you. You been doing your time looking at sweet boy balls? Yeah, it's good to have confirmation. This funny fuck. Why you keep hanging around this clown, El? Shake this fool, man. We from the same set, Stretch. Why y'all niggas can't get along? Y'all been doing this shit for years, man. You know what, doll? It's good you back home. Glad you're here. Missed you, boy. Damn, you definitely got hit up inside. Hit up? Hey, hey. Yo, motherfucker, I know little niggas like you've been turned out on the daily. Talking about being hit up, nigga, I swear, man. You ain't got no motherfucking respect. Motherfucker, I got respect for reality. Reality? All right, all right, you keep thinking that. Just keep thinking that, nigga. Shit, you gonna get yours. Fuck you. I swear, man. Sprizette, come on, man. Cool out, chill, man. This motherfucker get on my goddamn nerve. This nigga get on my nerves, too, man. Part of the nigga charm, man. El, come on, man. This is a bustle move, man. You gonna drive or what, Bill? Drive where? Pick up this E, nigga. Why? Business, nigga. Little business. Come on, boy. Y'all niggas act like girls. Shit. Not me, shit. Let's go to the gun store. Begib dich zu Amunation. Und, äh, ich höre ja jedes Mal diese Dialoge, ne? Und, ähm... What the fuck this nigga talking about? We all big homies, but he bigger, right? Exactly. Man, that's some fucking Pyramid scheme bullshit. Pyramids is good, man. Illuminati Pharaoh shit. As soon as we get this shit, as soon as we get paid, homie. As soon as we get incarcerated, more than likely. We're coming by Amunation. Armorer to the stars. Hey, what's up, man? Firing range is in the back. And all our weapons are customizable. Oh, hell yeah. You can trick your blam blam out up in here. Quit all that. Just straight up artillery, man, alright? Don't y'all shut the fuck up. I got this, you clams. Alright, homie. Get your shotgun. Flashlight modification. Hey, you got cash? Oh, you fly, homie? I would think you was fiendin, but ain't no fiends that fat. Oh, ne Stormwindpil können wir eins auch holen. Ned. Now, just let me reinstate, man. If the purchase is made by this man, ain't got nothing to do with the two gentlemen of fella nature. That's right. Yeah. Now, let's go bust on some niggas. Okay. Wie viel miss? Ja, gut. Wie, gib dich zu dem Treffen, äh Treffen bei der Recyclinganlage. Wo, wo, wo läuft er denn dann? Was telling me about, nigga? You ain't gettin' nowhere thinkin' like that. The power of positive bullshit. You oughta be clinchin' your motherfuckin' vagina muscles with my hunt, nigga. After his bed, it probably ain't tight enough. This ain't new age shit. It's fact. You get what you get, fool. You been gettin' dick, but you ain't givin' it, huh? Some Mark talk like that to an OG? CGF has changed, man. No wonder the hood is so lame right now. Speaking of change, Lamar's been meaning to talk to you, homie. Nah, nah, not now, homie. What's happening? It's nothin', my nigga, nothin'. You know, just some ideas, that's all. Man, ideas ain't your strong suit. So put it on me. It's nothin' real, homie. When it's somethin' real, we'll talk. Bullshit, man. It's realer than this cra- It's realer than this crap. All right, homie, we meetin' in here. Man, how'd you find this place? The homie set it up. This is the kind of spot we'll be in here. That's what the fuck worries me. I'm more of a hide-in-the-plain-sight type of nigga. Ha ha ha! What's up, fool? What up, Win? You got that shit, nigga, with a paper hat. Nigga, I'm talkin' about boo-coop, dude. Lamar Davis. What's up, boy? Everything cool? Come on, man. What the fuck, man? You was just kidnappin' this nigga. Oh, come on, girl. You don't real recognize real? D, my nigga, just got out, crossin' lines, did some time for some of your folks. Hey, look, look, look. This ain't about you, man. What? You know these niggas done fucked up. Yo, what the fuck this trick's talkin' about, man? Yeah, 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 yeah. Somebody creepin' on us? They putin' a nigga on TV, man. About some gang intervention shit. Hey, this ain't the police door. This some ballers bullshit. Nigga, that's some bullshit. Hey, what the setup, nigga? This shit fuck you, nigga. Oh, bitch-ass-ballers. Das man immer gleich übertreiben muss. We doing this or what? Come on. Die hab ich. So. Never trust you is the lesson I've taken away from this. Shit shit. That fucking deed set us up. Fuck. I said lay low after you got clapped. You lay low, motherfucker. That ain't me. I can... Oh. Oh. This is fuck. You going first next time, no fool. Shit, nigga. Then we all be dead. Like me, nigga. Oh. Einfach mitten reinlaufen, ey. You going to get chipped on, bitch-ass-baller? Now that you popped that little punk, we really fucked. Man, you... You shouldn't have put me in the room with that snitch. Man, I don't... I'm going to get chipped on, bitch-ass-baller. Oh, you see that shit? Before blood got spilled all over the place. We getting fucked. In every direction. I'm gonna fuck you for a minute. Nigga, we gangbang. Ah. You never fucking learn. Fuck you. Time to move on. I'm right behind. So, wir müssen uns jetzt den Weg hier raus freischießen. Oh. Wird ich doch mal Deckung besuchen. Hm. Alter, was hier los ist? Ich gehe hier durch. Oh, ich bin fast tot. Warte mal, ich muss mich gerade mal regenerieren. So. Wo ist denn der Typ? So, wir gehen hier ganz locker durch. Gehen wir hier einfach mit einer Shotgun durch, Alter. Oh, drei Sterne. Nett. Hey, one time. Oh, 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 oh. So. Komm schon, kletter schneller, Franklin. Alter. So, der ist down. We get over this and we're good, homie. Hängen die Bullen ab. Das ist, kommt da. Kommt da sehr gut mit drei Sternen. Vor allem, wenn mein Heli am Arsch hat. Ey, wir müssen irgendwo unter ne Brücke. Warte mal, hier war gar nicht schlecht. Wieso kann ich denn da nicht runter? Bah. Oh, wir müssen hier weg. So, hier sollten sie uns doch nicht finden. Oh, komm, komm, komm. Fuuuck. Fuuuck. Können wir hier durch? Ich wünsche, ich war in der Strecke. Nicht mit dir, Fynn. Ähm, ich habe keinen Plan, wo ich gerade langfahre. Aber ich glaube, es ist gut. So, sind wir sie losgeworden. Krass, Scheiße. Hey, what the hell you bought me in two back there? Shit, man, you don't want to pop this ass. Ich habe das Necessary. Crossed lines, all right? Ich habe das Necessary. Ich habe das Necessary. Ich habe das Necessary. Ja, ja, es ist jeden Tag. Ja, ja. Nein, n***a, ich klingt wie jemand, der versucht, etwas Papier zu machen und nicht getötet wird. Er ist ein Huck-ass-n***a, ich hab' dir gesagt. N***a, geh' einen Salat-Stretch-Mark-ass-B***. Ich hab' den Bastard. Bestanden, neuer Kontakt, Stretch. Stretch ist raus, Treffgenauigkeit, 46, Kopfschüsse, naja. Ähm, war die Folge ein bisschen überlänger, hab' ich mal ein bisschen einfach mal so gemacht. Und, ähm, ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten, in der nächsten Folge wieder. Nicht bei der nächsten Folge, in der nächsten Folge blablablabla. Ich glaube schon wieder viel zu viel Scheiße und viel zu viel, äh, viel zu schnell. Und, ah, blablabla, blablabla, bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut auf Wiedersehen und ciao!